Hast du schon mal gelogen? Hast du schon mal betrogen? Was zu korrigieren fällt dir schwer? Hast du schon über was gesagt? Deine Nächste nicht gefragt? Entschuldigung, das sagt niemand gern. Mein liebes Kind, sei ganz still, der dir helfen will. Alleine kommst du, dann ist klar. Glaub an ihn, sein Wort ist warm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020